Diesen Oktober kommt ein Film, nach dem nichts mehr so sein wird, wie es war. Ich habe gesündigt. Ich habe gefurzt, Herr Pfarrer. Gott ist schwul! Ich muss mal. Mein Beut ist bis zum Anschlag voll. Wie geschafft für ausgelassene Natursektspiele. Bist du mich verarscht? Sie sagen es. Fahren Sie nicht zum Friedhof. Heil! Satan! Wie läufst du eigentlich rum? Ich möchte mit Peppi eine schwarze Messe zelebrieren. Ich gedenke ihm bei lebendigem Leib das Herz herauszuschneiden und ihn dem Satan zu opfern. Ach so, dann ist ja gut. Ich dachte schon, du wärst schwul geworden. Oh, ich kann fliehen! Ich kann fliehen! Ich kann fliehen! Hier, guck mal, hier hat's Rückenlage! Ja, richtig! Du hast es geschafft! Du kannst fliegen!